UNTERTITELUNG Ich habe zwei kleine Kinder. Sie haben gerade ihren Dad verloren. Fünf Tage. Ich gebe dir deinen Anteil und alle sind glücklich. Mir ist bewusst, dass jemand gestorben ist. Er wurde ermordet. Ich habe die Tüte von Millers Gang geklaut. Du hast Leo Miller bestohlen. Das werden sie nach dir suchen. Du darfst nicht zurückkommen. Es läuft genau so. Uns wurde hier ein Streit gemeldet. Sie müssen sich zusammenreißen. Dass die Polizei nichts getan hat, den Kerl zu kriegen? Wecken Sie keine schlafenden Hunde. Du bist zu weich, Sarah. Wenn man es zu etwas bringen will, muss man ein Miststück sein. Was willst du jetzt? Das hier muss aufhören. Und jetzt raus aus meinem Haus. Wie tief kann man sinken? Stopp!